2022, was für ein ereignisreiches Jahr. Wir zwei blicken mit Ihnen zurück. Live mit bewegenden Themen und spannenden Gästen. Geschichten, die uns alle bewegt haben. Menschenbilder Emotionen 2022 am 11. Dezember. 2022 hat uns ja alle in Atem gehalten. Ereignisse, die uns alle überrascht und betroffen gemacht haben. Entwicklungen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Wir spielen im Wemmle Stadion vor 90.000. Menschen, die über sich hinausgewachsen sind. Mit einem Moderatoren-Team. Das man so auch nicht erwartet hätte. Karl Theodor zu Gutenberg und Thomas Gottschalk präsentieren Menschenbilder Emotionen am 11. Dezember.